Einen wunderschönen guten Morgen. Nach zweieinhalb sehr verantwortungsvollen Jahren, da geht es für mich zu Weihnachten erstmals wieder nach Hause. Und dafür habe ich mir eine Checkliste geschrieben, eine Checkliste für Tech-Support in der Familie. Was fehlt, was läuft nicht, was könnte besser laufen? Ich dachte mir, Eigeninitiative und so.